Was bedeutet Co-Location in dem Fall, dass man dort Mieter hat. Das Zentrum besteht zum Beispiel aus drei oder vier Stockwerken und jedes Stockwerk wird hinterher ausgemietet an einen Endkunden. Dort haben die jeweiligen Mieter dann entsprechende Sicherheitsanforderungen. Es gibt konzerninterne Sicherheitskonzepte, die dort auch dann auf so ein Mietobjekt angewendet werden müssen. Da müssen wir dann halt gucken, wie funktioniert das mit den Zugangskontrollen. Das ist eine wesentliche Aufgabe, dass man dort den Kundenwunsch gepaart, dann mit den Hauptanforderungen Brandschutz, Drucklast, Schallschutz oder sogar alles in Kombination, Sicherheit bis RC4, dass man diese Geschichten alle übereinbekommt und dann mit den Anforderungen, die die Kunden haben, verheiratet. Absolut. Untertitelung des ZDF, 2020